Hallo PC-Freunde! Herzlich Willkommen beim Hightech-Talk! Mein Name ist Fisch und ich möchte euch heute etwas über Kronos erzählen. Der Kronos ist ein Lohnneues PC. Alle Modelle, Gamer, Pro-Gamer, Extreme-Gamer können als Lohnneues-Variante bestellt werden. Alle Modelle haben eine Gehäuse- und Festplattendämmung, wodurch die Lautstärke gegen Null geht. Wer diese Ruhe beim Spielen braucht, der ist mit einem Lohnneues PC wirklich gut aufgehoben. Hier kann man je nach gewählten Modell alle spielen, was man möchte. Der Kronos eignet sich aber allerdings besonders für MMOs und Strategiespiele. Werfen wir nun einen Blick ins Innere dieses Lohnneues PCs. Der Kronos kommt mit einem Intel i7 Quad-Core Prozessor, selbstverständlich übertaktet und wassergekühlt. 16 GB RAM Arbeitsspeicher und eine sehr starke Nvidia GeForce Grafikkarte sind hier verbaut. Der Kronos und alle anderen Lohnneues PCs sind hervorragend geeignet für Geräuschallergiker. Zwar sind alle Systeme serienmäßig schon sehr leise durch den reduzierten Stromverbrauch und die verbesserte Kühlung. Aber bei einem Lohnneues PC ist wirklich fast gar nichts mehr zu hören. Ob Einsteiger oder Profi-Modelle, alle können als Lohnneues-Varianten bestellt werden. Welches Modell das richtige für dich ist, erfährst du bei den anderen Videos. Nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren, denn du möchtest ja immer auf dem Laufenden bleiben.